Am 28. Dezember haben wir ein Gospelkonzert hier bei uns in der Nikolai-Kirche und dafür mache ich heute mal Werbung. Normalerweise mache ich keine Werbung hier in den Videos, aber heute schon. Ich sage euch auch gleich noch mal warum. Wie ihr seht, bin ich jetzt gerade im Schnee unterwegs. Ich habe heute ein paar Telefonate zu führen und habe dann beschlossen, ich nutze das einfach und führe die Telefonate von unterwegs und genieße gleichzeitig den Schnee. Ich weiß nicht wie es euch geht, ich finde die Adventszeit wie immer weniger still, sondern eher ganz schön stressig, viele Termine die anstehen, vieles was noch gemacht werden muss und man ist den ganzen Tag beschäftigt und den ganzen Tag unterwegs. Dabei muss man eigentlich nicht unbedingt den ganzen Tag unterwegs sein. 24 Stunden hat der Tag und ich finde es reicht, wenn man 23 Stunden 55 Minuten dafür unterwegs ist, um irgendwas anderes zu tun. Fünf Minuten darf man auch mal für sich haben und ich glaube auch ganz ohne schlechtes Gewissen. Fünf Minuten, um sich einfach mal irgendwo hinzusetzen, den Kaffee zu trinken und ruhig zu sein. Fünf Minuten, um vielleicht sich die Schuhe anzuziehen und die Telefonate, die ich sowieso führen würde, hier draußen im Schnee zu führen. Fünf Minuten, um einfach mal in Ruhe völlig sinnbefreit in die Weltgeschichte zu gucken oder aus dem Fenster zu schauen, was auch immer. Fünf Minuten für sich. Dann heißt es ganz schnell, ja und man nimmt sich Zeit für sich und viel zu viel Zeit für sich. Glaube ich nicht. Es ist schon auch ganz sinnvoll, diese fünf Minuten zu investieren, weil dann die anderen 23 Stunden, 55 Minuten des Tages gleich viel besser gehen. Wenn ihr für euch selber nicht nur fünf Minuten mal nutzen wollt, sondern vielleicht sogar zwei Stunden, dann lohnt es sich auch mal auf das Konzert zu gehen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Ein Gospel-Konzert bei uns hier am 28. Dezember, wo man ein bisschen rauskommt aus der Welt, wo man ein bisschen rauskommt aus dem Weihnachtsalltag auch. Es ist ein Weihnachts-Gospel-Konzert, aber rauskommt aus dem Ganzen, was man so beschäftigt und man vielleicht nochmal neu gucken kann, neu hören kann. Man hat an dem Tag dann nur noch 22 Stunden für irgendwas anderes frei, aber ich glaube, das reicht und das lohnt sich. Der Link ist unten. Wäre schön, wenn wir uns da sehen und wäre schön, wenn ihr, wenn wir alle miteinander jeden Tag fünf Minuten haben für uns, das tut gut, es lohnt sich und macht die anderen 23 Stunden, 55 Minuten einfach deutlich effektiver. Gute Zeit euch und bis bald. Ciao!